Musik Was geht? Hi, alles gut? Ja, auch bei dir? Ja, weißt du, was heute ist? Was denn? Jubiläum Product Update Ein Jahr, Product Update Einige Folgen sind dabei entstanden Und natürlich auch Fehler, Patzer Irgendwelche Blamagen, ein paar Crippbox Und das seht ihr auf jeden Fall Jetzt die Outtakes Viel Spaß dabei Adios Moin Jungs, der Hilly hier So, wir finden uns gerade vom Tilos Shop in Münster Und jetzt geht's los mit dem ersten Tilos Product Update für euch Wir haben einiges am Start Die neue Foundation Serie Neue Bounce Wheels Und auch für die Stinke Füße und euch ein paar neue Socken Also Abfahrt Hallo Willkommen zum Product Update Ja, Moin Moin Willkommen zum Product Update diese Woche Hallo Einen wunderschönen guten Tag hier zum Product Update Heute, wie ihr seht, bei strahlendem Sonnenschein Ja Schönen guten Tag hier Hier wieder zum Product Update heute Product Update heute Machst du Ansage? Frohes neues Jahr Erstmal Frohes neues Jahr euch ein Liebe YouTube Fans hier von mir Und Moin Moin Willkommen zum Product Update diese Woche Ja, einen wunderschönen guten Tag Heute hier vom Münsters feinen Besucherkanal Moin Moin Joens Herzlich Willkommen zum Product Update Oh oh Es gibt gerade das Deck zu jedem guten Tag Es gibt gerade das Deck zu jedem guten Tag Dann checkt auch zum guten Letzten Das ist auch das Schönenste Zum guter Letzten haben wir Gefressen, Mann Was ist das denn? Und Scheiße, mein Handy Hallo? Wer? Eine Zahl zwischen 1 und 40 Egal, wer geht Zwischen 1 und 40 Sag mal eine 32 32 Und eine Zahl zwischen 1 und 100 59 Okay 200 cm Penislänge 59 mal verkehrt In den letzten zwei Wochen Alles klar Nein Nein Mann Digga Wollen wir mal hin Komm so rein Weiß ich nicht Oh, hier. Unser Projektadvertretter heute. Hier ist es leer. Leer haben wir nichts. Ist hier nichts? Weiß ich nichts bestellen. Das ist mir ein Wort oder was bestellen? Ja. Let's go. Wollt ihr meine Klamotten auf dem lassen? Ja, ich hol jetzt erstmal meine Klamotten. Dann ist gut. So leid, die würde ich sein rufen. Mein Gott, ey. Ja, ja, ja. Hey, ne, ne, ne. Oh, man schreibt es. Was gestern Adi passiert schon wieder, ey. Wie gesagt, das hat uns schonmal am Abend auf... Ja, das ist alles her! Also hier ist so ein Spiel drüber, man! Wie heißt das? Wie heißt das, was denn? Ja, sicher! Hallo, Jungs! Willkommen zum FUTEN! Hier vierte, ne? Fuck! Ja, ich hab mich so auf Fresse gelegt, aber ey, scheiß drauf! Es geht oder nein, motherfucker! Aber egal, ein Downhill kommt noch! Wenn los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Lass uns in VBench! Wooh! So! Ja, man! Ja, man! Ja, man! Ja, man! Was ist das? Der ging fast an den Priemel, naja, wir können uns jetzt hier noch eine richtig herrliche Schneeballschlacht und jetzt nochmal ein richtig geiles Dankeschön an Tills Eltern, die mich zu Weihnachten zum Essen eingeladen haben. Phil, schöne Grüße an Isabel und Bernd, ich liebe dich auch, behuderherz, so, ich bin raus, ne? Jetzt haben wir nichts mehr da, ich trinke jetzt noch fett an und Milch, auf Wiedersehen. Ihr müsst einfach nur alle gleich so läuft hier können, schreien, das könnt ihr bestimmt gut. Und dann schreit ihr und danach macht ihr Flip, ihr hört völlig aus, aber bleibt ruhig sitzen, bleibt ruhig sitzen. Nein, nein, wir bleiben sitzen. Ach so müssen wir jetzt? Willkommen zum Product Update. Willkommen zum Product Update, willkommen. Willkommen zum Product Update und dann schreit ihr richtig rum. Willkommen zum Product Update und dann schreit ihr richtig rum. Also bully, ist's! Willkommen zum Product Update und dann gut? Wir sind auch ein bisschen alibüß! Joa Jungs, das war schon wieder für diese Woche. Wir sind mit Tidus Project Update Nummer 4. Wie gewohnt, den Slab zu haben auf www.tidus.de. Ja, schlägt schnell zu, denn der Slab geht ordentlich schnell weg. Ich hau mich jetzt noch richtig frischen Fälzer raus. Jungs, wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal.